Musik Die Montagejahrestagung ist eigentlich immer am Anfang des Jahres unsere Auftaktveranstaltung. Da kommen wirklich alle Montagepartner und Kollegen aus den Werken aus ganz Deutschland zusammen und wir haben immer ein buntes Rahmenprogramm. Und wir ehren natürlich auch unsere Montagepartner für die herausragenden Leistungen im vorgegangenen Jahr. Einfach um noch Danke zu sagen, einfach dafür, dass wir so lange mit Heim und Haus zusammenarbeiten. Eine ganz tolle Veranstaltung startet immer mit einem Vorabend. Dieses Mal waren wir in den Adrenalin-Pare. Wir hatten da neben der Ehrung der Qualitätsprämie auch die Möglichkeit, Paintball zu spielen, Lasertag zu spielen. Manche haben da vier-, fünfmal gespielt, so begeistert waren die. Ich glaube, wir hatten alle eine Menge Spaß. In der tollen alten Industrieatmosphäre war ein super gelungener Abend. Am zweiten Tag in der Montagejahrestagung wird in der Regel eine ganze Reihe von Workshops durchgeführt. Von den Monteuren kommen zu den einzelnen Produkten Verbesserungsvorschläge, die vom Werk dann aufgegriffen werden und versucht weitestgehend umzusetzen. Dadurch, dass es dieses Jahr hier in Osterfeld stattfindet, beinhalten die Workshops, die Produktion zu präsentieren und zu zeigen. Ich denke, für die Montagepartner ist es sehr wichtig, auch zu sehen, wie die Prozesse bei uns im Werk laufen. Ich denke, das ist für jeden immer interessant. Heute Abend ist der Festabend, wo eben unsere Montagepartner geehrt werden für die besonderen Leistungen. Sowohl von Langjährigen als auch von Newcomern in der Montage und wo wir uns auch für langjährige Treue und Zusammenarbeit bei unseren Jubilaren bedanken. Es gibt dann eine Tombola, wo natürlich auch durch diverse Projekte die Montagepartner sich ein Los verdienen können. Ja, da durfte ich heute einigen Montagepartnern sicherlich eine kleine Freude bereiten. Ich muss sagen, es ist wirklich ein schöner Abend. Also die Leute, die das vorbereitet haben, also alle Achtung. Ich freue mich jedes Jahr darauf, die Montagepartner zu sehen. Für mich ist der persönliche Kontakt hier sehr wichtig, weil man persönlich mit dem Montagepartner ins Gespräch kommt. Dass wir ein bisschen reden, Erfahrungen austauschen, was Neues lernen. Und mit seinen Monteuren auch wieder sich nochmal ein Stückchen anzunähern. Hier gemeinsam zu sein, nochmal das eine oder andere Glas Bier zu trinken, sich auszutauschen. Das ist eigentlich wirklich das Schönste, warum diese Veranstaltung auch was ist, wo man sich das ganze Jahr darauf freut. Vielen Dank.